Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken, die Produzenten unserer Nahrung und die Ernährungspolitik. Natürlich auf kontrafunk und mein Name ist Markus Fahlefeld. Heute habe ich zwei Themen für Sie, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen spreche ich mit dem Ernährungswissenschaftler Uwe Knob und weil auf Kontrafunk E die Wahrheit immer auf den Tisch kommt, möchte ich sie Ihnen gar nicht vorenthalten. Ich hatte mich mit meiner geliebten Frau gestritten. Und es ging um eine Aussage, die ich in der letzten Sendung mit Herrn Knob getroffen hatte. Und die lautete ungefähr, dass ich den Eindruck habe, Vegetarismus werde als eine gesündere und bessere Ernährungsform ständig propagiert. Meine Frau hielt dagegen und sagte, das stimme überhaupt nicht. Sie habe noch nie eine Studie gelesen, die Vegetarismus als eine gesündere Lebensweise darstelle. Ich würde mir das nur einbilden. Also habe ich Herrn Uwe Knob als meinen Eheberater zu Rate gezogen. Leider hat er mir keine Absolution erteilt. Dass wir in dem Gespräch auf etwas ganz anderes gekommen sind, nämlich auf das Thema, ob die Wissenschaft sich nicht zur Hure der Politik gemacht hat und warum sie das gemacht hat, Das hören Sie in dem Gespräch, das ich mit Herrn Uwe Knob geführt habe. Und dann machen wir heute weiter mit der losen Folge von Weinanbaugebieten im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und heute geht es schon fast in die Schweiz hinein, aber wir bleiben noch auf deutschem Boden und ich behandle das Weinanbaugebiet Baden. Und weil dieses Weinanbaugebiet nicht nur sehr groß ist, sondern vor allen Dingen sich auch im Gegensatz zu seinem Nachbaranbaugebiet, nämlich Württemberg, am besten profilieren kann, habe ich beide Anbaugebiete zusammengefasst. Es geht also um Baden und um Württemberg. Und auch meine jetzige Ankündigung hatte etwas mit dem Weinanbaugebiet Württemberg zu tun, denn Kontrafunk bringt Menschen zusammen und das am 29. Juni in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, also im weiteren Sinne im Stuttgarter und Heilbronner Raum. Dort treffen wir uns auf einem wundervollen Bauernhof. Wir hoffen natürlich auf eine laue Sommernacht ab 18 Uhr. Ein Chortritt auf, ich lese etwas aus meinem neuen Buch. Und es gibt nur Weine aus Württemberg, genauer gesagt aus dem Remstal. Aber die sollen gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Es wird keine Weinprobe sein. Es wird natürlich Essen und Trinken geben. Und das wird auch sehr, sehr lecker werden. Aber vor allen Dingen sollen die guten Gespräche und die herzliche Atmosphäre und eben ein lauer Sommerabend im Mittelpunkt sein. Wann? Am 29. Juni um 18 Uhr in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Und wenn Sie Interesse haben, dann schreiben Sie mir eine E-Mail an info.kontrafunk.radio. Und weil das ein großer Bauernhof ist, sind auch noch Plätze frei. Zögern Sie nicht, eine E-Mail zu schreiben an info.kontrafunk.radio. Vor dem Mikrofon habe ich den Ernährungswissenschaftler Uwe Knob. Es geht nochmals um Vegetarismus im weiteren Sinne, aber diesmal nicht um die Studie, die jetzt aufgelegt wird oder wurde, um die gesundheitlichen Vorteile des Vegetarismus zu untersuchen und die wir das letzte Mal behandelt haben und die auf 20 Jahre angelegt ist, sondern es geht um die öffentliche Meinung zu Vegetarismus und von welchen Kräften sie angeheizt wird und wie man sich selbst zu ihr stellen kann. Hallo Uwe. Ja, hallo Markus, grüß dich. Jeden Tag Wurst, Schnitzel oder Braten verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Diabetes, Darmkrebs. Zu viel Fleisch lässt uns leider auch schneller altern. Das sagte 2023 Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Sind es nicht derartige Aussagen, die uns den Vegetarismus schmackhaft machen sollen? Ja, das kann mit Sicherheit dazu beitragen, wenn solche Desinformation, man muss es ganz klar so sagen, kolportiert wird von Deutschlands Bundesgesundheitsminister. Denn was er da gemacht hat und das mit Sicherheit ganz bewusst, denn er ist Professor der Epidemiologie, er hat Korrelation und Kausalität einfach mal wieder kulant verwechselt. Es gibt jede Menge Korrelationen, die Zusammenhänge zeigen, dass Fleischesser, Wurstesser vielleicht höhere Risiken von diesen oder jenen Krankheiten oder Surrogatparametern, das heißt Ersatzwerte wie Blutwerte und sowas haben. Aber man weiß nichts darüber, ob Fleisch oder Wurst kausal dafür verantwortlich ist. Von daher kann man solche Aussagen nicht treffen. Aber sie werden natürlich von allen möglichen Richtungen ins Volk penetriert, um eine Meinung zu generieren, die da lautet, Fleisch und Wurst zu essen ist ungesund. Aber das kann man wissenschaftlich so nicht stehen lassen. Ja, danke für diese Aussage, lieber Uwe. Weil das bringt mich zu einem, wie soll ich es nennen, Eheproblem, das ich nach unserem letzten Gespräch hatte. Da hatten wir uns ja über diese Vegetarismusstudie ausgetauscht. Und ich hatte da geäußert, dass es eben diese öffentliche Meinung gäbe, die fest davon auszugehen scheint, dass Vegetarismus eben besser und vor allen Dingen gesünder sei als fleischhaltige Ernährung. Und meine geliebte Frau, die ging mich dafür sehr hart an, weil sie eben meinte, dass sie niemanden kenne, der ernsthaft Vegetarismus für gesünder halte. Vielmehr werde überall aufgeführt, sagte sie, dass Vegetarismus zu Vitaminmangelerscheinungen führe. Wir lassen jetzt mal die ganzen Umweltfragen außen vor, Uwe, weil das ist erstmal nicht so unser Begehr. Es geht um die Gesundheit. Aber gerade so eine Aussage von dem guten Karl Lauterbach, wie gesagt, immerhin Gesundheitsminister, der Höchste im Lande, was Gesundheit und Ernährung in der Frage dann angeht, sagt ja eigentlich, dass Vegetarismus eben doch gesünder sei. Meine Meinung war eben, die öffentliche Meinung wird von bestimmten Kräften unterstützt oder sagen wir mal penetriert, wie du es gerade gesagt hattest. Und ich erwiderte dann mit einer Gegenfrage und die war, warum hat dann die Deutsche Gesellschaft für Ernährung im letzten Jahr diese ominösen maximal 10 Gramm Fleisch am Tag in Umlauf gebracht? Und das hat ja die Bild-Zeitung zu der Überschrift verleitet, nur noch eine Wurst pro Monat für jeden Ausrufezeichen. Was aber klar ist, 10 Gramm Fleisch am Tag heißt 300 Gramm Fleisch im Monat und das ist faktisch Vegetarismus. Nun, erwiderte meine Frau, ach, ich liebe Frauen, dann doch echt schnippisch, das musst du halt die DGE fragen. Jetzt frage ich dich erstmal und benutze dich ganz schamlos als meinen Eheberater, wie kommen solche Zahlen in Umlauf? Ja, diese ganzen Zahlen, ob 10, 15, 20 oder was auch immer für Fleisch, für Gemüse, für Vollkorn, für Vitamine, das sind alles nur mathematische Schätzungen basierend auf Korrelationen, basierend auf Rechenmodellen, basierend auf Wunschdenken von Idealvorstellung, der Mensch ist wie ein Automat, der sich berechnen lässt, was braucht der und was ist eventuell gesund oder ungesund. Das heißt, es ist einfach nur eine fiktive Zahl basierend auf einer fantastischen Rechenspielerei, sonst gar nichts. Ob das 10, 20 oder 30 sind, ist mir völlig egal. Daher kommen diese Zahlen und die machen die Leute im Prinzip nur verrückt und sonst gar nichts, denn niemand weiß, ob das Daranhalten auch nur ein Mühe an Gesundheit mehr liefert oder nicht. Das heißt, ich sage immer ganz klar, Leute, lasst euch von Zahlen zu irgendwelchen Mengen, die ihr zu irgendwelchen Lebensmitteln verzehren sollt, nicht verrückt machen, denn erstens haben wir keine Beweise für gesunde Ernährung im Allgemeinen, zweitens haben wir keine Beweise für gesunde oder ungesunde Lebensmittel und drittens gibt es überhaupt gar nichts, was auch nur annähernd irgendeine Menge als allgemeine Durchschnittsempfehlung wissenschaftlich rechtfertigen und belegen würde. Das heißt, diese Zahlen, die machen die Leute nur verrückt und sonst nichts, aber es gibt keine wissenschaftliche Basis, die diese rechtfertigen würde. Gut, also die Geschichte geht natürlich weiter, weil ein guter Mann folgt den Empfehlungen, Vorschlägen, also Befehle will ich sie nicht nennen, seiner Frau und so bin ich auf die Seite der DGE gegangen, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und da steht dann etwas von mathematischer Optimierung, was hier schon interessant ist. Ja, ja, genau, das ist ja das, was du gerade sagst, mathematischer Optimierung fand ich einen wunderschönen Begriff. So, dann habe ich also die DGE angerufen und gesagt, wie sind sie auf die 10 Gramm gekommen? Und darauf wurde es ein bisschen rumgedruckst von der Pressesprecherin, dass sie aus einem Erklärvideo stammt, das aber nicht öffentlich ist und fragte ich, ob das denn ein Leak gewesen sei, also gar nicht an die Öffentlichkeit dringen sollte, aber da wollte sie sich auch nicht eindeutig zu äußern und verwies dann auf eine Studie auf der Seite, die eben diese 10 Gramm Fleisch so als strenges Szenario einfach ins Feld führt. Diese Studie führt aber diese 10 Gramm auch nicht aus, was dann meine Nachfrage war, wo ich denn jetzt was finde, wie man auf diese 10 Gramm komme. Ja, darauf sagte sie, die neue Empfehlung ist ja 300 Gramm Fleisch die Woche und die seien jetzt eben die offizielle Empfehlung, weil, jetzt kommt es, die DGE sich an die Verzehrgewohnheiten der Deutschen gehalten hat und diese Verzehrgewohnheiten berücksichtigt und deswegen man eben erstmal auf die 10 Gramm verzichtet habe. Darauf fragte ich, ob die 10 Gramm Fleisch denn so als Zielmark am Horizont stünden, nur eben jetzt die Zeitachse etwas gestreckt wurde, aber ich solle jetzt künftig meine Fragen eben schriftlich einreichen, weil darauf wollte sie dann eben nicht mehr antworten. Also das Ganze hat auch irgendwie sowas wie, ja wie soll ich sagen, so Spökenkickerei. Also das kommt mir auch sehr intransparent vor, das alles. Ja, definitiv. Der nächste Schritt wird der sein, dass man dir gar nicht mehr antwortet, denn diese Historie habe ich hinter mir. Also es hat mich schon sehr gewundert, dass 2019 bei meiner Anfrage, wie die DGE die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel sieht, dass mir daraufhin sogar noch geantwortet wurde, weil normalerweise wurden meine Fragen nicht mehr beantwortet. Und das passiert auch häufig, wenn du zum Beispiel Universitätspressestellen anfragst, wie jetzt die Uni Jena, wie kommt es dann dazu, dass ihr da eine Studie, die ganz klar Korrelation zeigt, kausal interpretiert und einen Vollkornmangel mit einem frühen Herztod kausal in Verbindung bringt. Da kommt dann gar nichts mehr, weil die natürlich auch nicht blöd sind, sondern genau wissen, was sie da tun. Das heißt, die haben eine bewusst gestaltete Agenda. Und wenn jemand kritische Fragen stellt, dann gibt man am besten keine Antwort, weil ich kann ja nur entweder rumtrucksen und mich umher lavieren oder ich muss Lügen erzählen und beides wollen sie nicht. Also stellen sie sich stumm. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, je klarer und kritischer deine Fragen an die DGE auch schriftlich werden, desto weniger Antwort wirst du bekommen. Oder der andere Trend ist der, man wird zugeknallt mit Mails, Inhalten von allgemeiner Natur und soll sich dann da selbst irgendwas raussuchen. Das kann auch noch passieren. Also von daher ist ganz klar, es ist ein nebulöses Unterfangen. Und warum und wieso das Ganze gemacht wird, diese Agenten kenne ich natürlich nicht. Die sind nicht offiziell. Also was jetzt zum Beispiel der Grund ist, wieso Lauterbach sowas permanent formuliert, Cem Özdemir ja genauso mit seiner Kinderernährung und die Richtlinien für die verschiedenen Schulen und Kitas und so weiter. Es gibt ja noch jede Menge mehr Verbände und Gesellschaften, die das wollen. Es ist schwer nachvollziehbar. Vielleicht hängt auch Ethik und Moral dahinter. Aber die Gesundheit ist nur vorgeschoben, weil die sich einfacher erstmal verkaufen lässt. Nach dem Motto, iss nicht so viel Wurst und Fleisch. Da kriegst du auch weniger Krebs und weniger Herzinfarkte. Das versteht man relativ einfach. Es ist schwerer zu sagen, beschäftige dich mal mit der Ethik und mit der Moral. Dahinter willst du, dass Tiere für dich sterben, würdest du vielleicht doch ein Messer in die Hand nehmen und einer Kuh oder einem Kälbchen die Kehle durchschneiden, es ausbluten lassen, damit du danach schön deine Fleischwurst essen kannst und so weiter. Das sind halt alles andere Dimensionen. Das heißt, man versucht es über den Weg. Aber die Agenda, die da dahinter steckt, die ist mir persönlich nicht bekannt. Aber man muss auch ganz klar sagen, es beginnt eine größere Reflexion dieses Bereichs. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Kategorie 1 Fleisch, also alles, was aus der Massentierhaltung kommt. Stichwort Tönnies und Co. Will man das unterstützen, ja oder nein? Also es bedingt eine Diskussion und eine Beschäftigung mit einer Thematik, die wirklich auch einer Beschäftigung bedarf. Von daher ist es grundsätzlich gut, aber der Weg ist einfach noch über eine Desinformationskampagne und das ist schade. Ja, vor allen Dingen, weil Follow the Science, das ist ja so ein bisschen das, was mich immer daran so irritiert, weil wir gelten ja inzwischen so als Wissenschaftsgegner. Also damit meine ich jetzt dich und mich und überhaupt Kontrafunk und viele, die einfach auch seit Corona etwas kritisch der Wissenschaft gegenüber sind. Wir gelten inzwischen als Wissenschaftsgegner. Dabei wollen wir ja nur die Lügen oder die Verbindungen der Wissenschaft, die sie vorschnell zieht, aufdecken, aber werden dann sozusagen als Leugner oder irgendwas tituliert. Aber ich fand das, was du gerade gesagt hast mit der Moral und der Ethik, weil ich will dir jetzt noch ganz kurz schildern. Letzte Woche hatte ich oder vorletzte Woche vielmehr war es ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, der sich eben zum Schlachthof historisch auch auseinandergesetzt hatte und der behauptete, und ich fand das ungeheuer bedenkenswert, dass wir Menschen, es gibt eine anthropologische Disposition, die er die Tötungshemmung ganz generell nennt, die aber auch dem Tier gegenüber besteht. Und deswegen wurde eben das Schlachten in die Außenbezirke der Städte, auch hinter hohen Mauern, also unsichtbar für den Einzelnen, verbannt, weil man eben den Schlachtprozess gar nicht in der Sichtbarkeit haben wollte. Also ich glaube, und das ist so etwas, wenn man das ein bisschen dann in die Weite zieht, es gibt die einen, die eben von der Moral überzeugt sind und sagen, Vegetarismus ist das Beste, weil da muss kein Tier sterben. Und dann reagieren die anderen, die aber gerne Fleisch essen, zu denen ich gehöre. Ich weiß nicht, ich glaube, du gehörst auch zu denen, die noch Fleisch essen. Selten, aber auf jeden Fall. Ja, Fleisch definitiv. Dass man eben trotzdem, wenn man Fleisch isst, etwas verdrängen muss, vielleicht sogar eine Art von Schuld. Also wenn man das als eine anthropologische Konstante sieht. Und das führt dazu, dass auch diese beiden Seiten gar nicht mehr miteinander sprechen können, weil die mit dem schlechten Gewissen, zu denen ich mich jetzt mal zähle, ohne dass man ein schlechtes Gewissen deswegen handlungsrelevant würde, aber ich erkenne ein schlechtes Gewissen da drin und reagiere dann auf irgendwelche Vegetarismusforderungen, die aber eben unlauter sind, wie nach gesundheitlichen Gründen oder so, ungeheuer sensibel. Also ich glaube, da gibt es so eine Komplikation auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite das Moralische, das zum einen sich in falsche Argumente kleidet und zudem noch ungeheuer übergriffig ist, wenn es in den einzelnen Menschen hineingreifen will. Und zum anderen eben ein schlechtes Gewissen auf der anderen Seite. Und das ist so wie zwei Röhren, die nicht miteinander kommunizieren können. Ich finde es schön, wenn wir ein neues Adjektiv kreieren. Unlauterbach. Das passt ja hervorragend in die ganze Thematik. Hast du mich geradezu inspiriert. Unlauterbach. Aber generell ist es genau das. Wir haben eine Matrix, die ist extrem multidimensional. Und die Frage ist, womit beschäftigt sich welcher Mensch bei welchem Handeln im Vorfeld und währenddessen? Und da muss man ganz klar sagen, die Ernährungswissenschaft und der Gesundheitsaspekt, die haben hier gar nichts verloren. Und das hat doch nichts damit zu tun, dass wir gegen Wissenschaft sind. Ich bin ja selbst Ernährungswissenschaftler. Und meine Kernintention ist, neben dem Genuss am Essen selbst und den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu rücken bei der Entscheidung, ist die Auswertung von wissenschaftlichen Studien. Also ich bin alles andere als ein Gegner der Wissenschaft, sondern ein Befürworter der korrekten Interpretation der Wissenschaft. Und darauf kommt es ja an. Das heißt, eine Korrelation ist und bleibt eine Korrelation. Und sie wird niemals zu einer Kausalität, nur weil man sie umformuliert, was im Übrigen gerade in der wissenschaftlichen Fachwelt passiert. Also ich habe gerade vorgestern im JAMA, also eines der Top Medical Journals auf der Welt, einen Artikel gelesen darüber, wo es darum geht, praktisch die Leser schon darauf vorzubereiten, dass man künftig Kausalwording nicht mehr nur dem Goldstandard zubilligt, also RCT, randomisierte klinische Studien, nur die liefern Kausalität, sondern selbst im JAMA will man jetzt hingehen und sagen, ja, es gibt verschiedene Parameter und man kann dann doch eventuell Kausalwording rund um Observational Studies dann einsetzen. Wo ich mir dachte, was ist denn das? Das ist der nächste Level, um Korrelationen noch stärker in Richtung Kausalitäten zu drücken, wo die sagen, bald wird es wahrscheinlich hier auch Kausalwording bei Observational Studies geben, wenn dies und jenes und so weiter erfüllt wird, aber theoretisch und praktisch ist es gar nicht möglich. Das nur am Rande erwähnt, das kommt immer wieder mehr zum Tragen. Das heißt, diese ganze Wissenschaft, die kann man ausklammern. Es geht vielmehr darum, und das ist mir persönlich auch wichtig, immer mehr in die Kommunikation mit einzubinden. Du hast zwar deinen Körper und du hast deine Intuition, die ist die Nummer eins, das intuitive Essen, besser geht es nicht, wenn du weißt, was bekommt mir, was schmeckt dir, was tut dir gut, was verträgst du gut. Und dazu gehört Fleisch und tierische Lebensmittel nun mal sehr stark, weil sie hochwertige Nährstoffe liefern. Auf der anderen Seite hast du natürlich genau den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, nämlich, woher kommt es eigentlich? Und bin ich bereit und willig, Sachen zu kaufen, wo ich weiß, es sterben Tiere? Ja, und natürlich haben wir eine Tötungshemmung. Das ist ja ganz klar, wenn ich zum Beispiel rausgucke in den Garten und ich sehe da die fremde Katze durchlaufen, was eben gerade passiert ist, da habe ich natürlich keinerlei Bedürfnis oder nur annähernd die Idee zu sagen, oh, die läuft hier durch den Garten oder andere Tiere, die muss man töten. Ganz im Gegenteil, sondern man hat eher so das Bedürfnis zu schauen, oh, du Tierchen, was machst du da? Ich gehe mal hin und beschäftige mich mit dem Tier oder du gehst spazieren, streichelst so. Auf der einen Seite ist es wirklich diese Diskrepanz zwischen, man hat Haustiere und man mag Tiere und auf der anderen Seite kauft man die Bärchenwurst oder was auch immer und interessiert sich nicht dafür. Ich denke, und das ist wirklich etwas, worüber sich jeder Gedanken machen sollte, man muss reflektieren, was kaufe ich und man muss für sich damit im Klaren sein, wenn ich Fleisch kaufe, dann unterstütze ich eine Tötungsindustrie, um es jetzt mal ein bisschen krass zu formulieren, die eben Tiere tötet, damit wir sie essen können. Und damit muss ich klarkommen. Und wenn ich das tue, dann sage ich, okay, in welchen Dimensionen kann ich denn Fleisch kaufen? Kaufe ich Klasse 1, 2 oder 3 oder will ich nur bio, nur regional, wo ich weiß, sie hatten vielleicht ein gutes Leben vorher und so weiter und so fort. Und das sind die Entscheidungen, die man treffen muss. Vielleicht kommt irgendwann mal der Fleischerlaubnisausweis, in dem man einmal im Jahr ein Tier selbst töten muss, damit man sich sozusagen die Absolution erkauft, dass man das getan hat, wofür man das Fleisch bekommt. Dieser Kosmos ist so groß und er hat so viele Dimensionen. Und ich denke, die Zeit des Ausblendens, die sollte wirklich vorbei sein. Heutzutage sollte sich jeder darüber im Klaren sein, wenn ich Wurst oder Fleisch kaufe, muss ich wissen, woher es kommt. Und vielleicht doch einmal kurz sinnieren und reflektieren, okay, dafür ist ein Tier gestorben, komme ich damit klar, emotional, ja oder nein? Wenn nein, sollte ich es vielleicht besser lassen. Wenn ja, ist es in Ordnung in der Vielfalt, wie es heute stattfindet. Dann muss man sich überlegen, welches Fleisch kaufe ich denn aus welcher Herkunft. Aber es ist einfach absolut multidimensional. Und die Gesundheit spielt hier gar keine Rolle, weil es dafür keinen Beweis gibt. Die Entscheidung findet auf ethisch-moralischer Ebene statt. Und die kann nur jeder für sich selbst treffen. Also da kann ich, auch wenn ich vielleicht anderer Meinung bin, sehr folgen. Weil die Sache ist, ich glaube, und das nochmal zurück zur Wissenschaft, es werden moralische, ethische Fragen versucht, wissenschaftlich zu beantworten, ohne dass die Wissenschaft dafür die Instrumente zur Verfügung hat, respektive überhaupt der richtige Ansprechpartner für derartige Fragen ist. Ich meine, das erinnert mich natürlich an Ludwig Wittgenstein, hat das nochmal gesagt, ich versuche den Satz kurz mal zu. Wir fühlen, dass selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Also wenn man die Wissenschaft so einengt auf die Wissenschaft, dann kann sie halt die Lebensprobleme noch gar nicht berühren. Und diese Lebensprobleme müssen ja ganz woanders geklärt werden, als durch irgendwelche wissenschaftlichen Gesundheitsstudien. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Aber scheinbar muss es etwas geben, das uns eben so unter Druck setzt, dass es die Gesundheit ist, das lange Leben oder das Nicht-Altern, damit wir halt irgendwie, ich sage jetzt mal, moralisch folgsam sind. Und das finde ich eine ganz schwierige Kombination. Ist es definitiv. Und die Politik kann ja auch gar nicht anders agieren. Die können ja nicht sagen, so, wir wollen jetzt, dass ihr weniger Fleisch esst, weil das ethisch-moralisch nicht mehr so wirklich vertretbar ist, wenn dauernd Tiere geschlachtet und getötet werden. Da sagen die Leute hier, das ist aber eine krasse Bevormundung. Auf welcher Ebene soll denn das stattfinden? Das heißt, man muss durch die Hintertür es irgendwie anders verkaufen. Und das ist das, was gerade passiert. Aber auf der anderen Seite muss man noch ganz klar sagen, je mehr man sich mit dieser Thematik beschäftigt, und du merkst ja schon, dass mich das auch emotional berührt, denn es ist für mich keine Frage der Wissenschaft, es ist für mich keine Frage der Gesundheit, sondern es ist eine Frage, die irgendwie krass ist und die entkoppelt ist vom realen Leben. Denn stell dir vor, du bist jetzt jemand, der Fleisch isst und ein Steak haben möchte und du kämpfst in ein Restaurant und dann müsstest du dir erstmal ein kleines Kältchen aussuchen und sagen, okay, ich streichle das und die will ich jetzt haben, bitte bring die um und schlachte sie oder du müsstest es selbst tun. Das hat eine ganz andere Dimension, nur um dann ein Stück Fleisch auf dem Teller liegen zu haben, wo man vielleicht mit anderen Lebensmitteln die Nährstoffe, die man braucht, ganz leicht zustande bekommen könnte auf dem Teller. Also niemand muss Fleisch essen aus gesundheitlicher Sicht. Kannst du als Vegetarier super leben? Veganer ist eine ganz andere Geschichte, das ist ein bisschen kritischer. Aber als Vegetarier, wenn du Milch, Eier und so weiter, Käse, überhaupt kein Problem. Keiner braucht Fleisch. Aber, und dann, um das vielleicht kurz auszuführen, ist nämlich eine ganz andere Ebene noch da. Es wird immer komplizierter, das dann sich zurechtzulegen. Denn letztens kam eine Pressemeldung der Uni Hohenheim, wo ich selbst überrascht war, das zu lesen, weil ich mir darüber auch noch gar keine Gedanken gemacht habe. Aber was letzten Endes logisch ist, wenn man den Prozess konsequent zu Ende denkt, nämlich, dass es viel zu viel Kälber gibt, wegen zu viel Bio-Käse und Bio-Milch. Und was passiert mit diesen Kälbern? Die will keiner, dafür gibt es keinen Markt. Das heißt, die Kälbchen aus der Bio-Milch- und Bio-Käse-Produktion, die werden in die Massentierhaltung verkauft. So, und da stellst du dir doch wieder die Frage, hier, mein lieber Mann, ich will doch eigentlich was Gutes tun und sage, ich kaufe jetzt extra Bio. Gleichzeitig bringt mich das wiederum in das nächste Dilemma, nämlich, dass die Bio-Kälber keinen Markt haben und dann in die Massentierhaltung verfrachtet werden. Also die kleinen Kühe kommen in die Massentierhaltung, weil zu viele Leute Bio-Milch und Bio-Käse kaufen, der dann auch wieder billiger wird. Das heißt, es ist so mehrdimensional und je mehr tiefer man sich damit beschäftigt, desto schwerer wird die Entscheidung, die man aber treffen sollte und noch muss. Nämlich, will ich das? Muss das sein? Ja oder nein? Und solange es noch entkoppelt ist, das heißt, du gehst in den Supermarkt und kaufst etwas, du musst es dir nur imaginär vorstellen. Du bist ja nicht davon betroffen. Und dann fällt die Entscheidung noch relativ leicht. Und ich bin mir sicher, wenn es sowas gäbe wie den Schlachtausweis oder den Fleischerlaubnisausweis, weil man eben gezeigt hat, okay, gib mir ein Messer, ich mache das Hühnchen platt, ich mache das Schwein platt und dann darf ich ein Jahr lang Fleisch kaufen, dann hätte das Ganze eine völlig andere Dimension. Jetzt mal unabhängig von Kreislaufwirtschaft und wir brauchen Tiere, um auch die Pflanzen und Gemüse und so weiter zu züchten und so weiter und so fort. Es ist eine krasse Dimension, wo andere Lebewesen sterben dafür, dass wir Wurst auf dem Teller und auf dem Brot haben und du gehst aber draußen spazieren und streichelst über den Kopf von dem gleichen Tier, was vielleicht in drei Wochen geschlachtet wird, denkt, oh, ist das süß. Du würdest es niemals selbst töten, niemals. Aber nur um Wurst zu essen, ist es dir dann auch wieder egal. Also es ist extrem vielschichtig. Also Uwe, dass es niemals der Fall ist. Also ich kann das widerlegen, weil ich war damals Student und auf die Gefahr hin, die Zuhörer damit zu langweilen, weil es jetzt, glaube ich, das dritte Mal ist, dass ich das in einem Gespräch schildere. Und das ist natürlich so ein Punkt. Ich habe ein Lamm geschlachtet und ich habe am Abend dann die Innereien gegessen, weil ich wissen wollte, kann ich, wenn ich was selbst schlachte, ist dann auch essen. Ich konnte und Jäger können das Fleisch auch selbst essen, was sie geschossen haben ein paar Tage vorher. Also es geht schon, aber ich glaube, es verbindet oder es verändert doch etwas im Menschen, wenn man das macht, weil die Entfremdung ist natürlich das große Problem des modernen Menschen, sagen wir es mal so. Und wie das gesundheitlich, nein, wie das überhaupt in der Ernährung dann das Richtige ist, also ich traue mir da auch keine Aussage zu, aber dass es versucht wird, das fand ich gerade ganz interessant, als du gesagt hast, die Politik muss das machen, weil sie kann einem ja keine Ethik vorschreiben. Also das ist das große Problem, dass die Politik eine Ethik sozusagen vorschreiben will, vielleicht auch wegen unserer ganzen Art des Wirtschaftens, weil was jetzt mal Massentierhaltung angeht, auch vielleicht muss oder zumindest den Wunsch hegt, aber es nicht kann und deswegen immer solche Scheinargumente vorführen kann. Das mich wirklich an den Herrn Bude erinnert, also diesen Heinz Bude, der auch Mitautor dieses Panikpapiers ist oder war, dass das Innenministerium unter Horst Seehofer zu Beginn der Corona-Krise unbedingt unter die deutsche Bevölkerung bringen wollte, eben um Panik zu erzeugen. Und der schilderte jetzt also vor kurzem, dass Flatten the Curve nur erfunden wurde, weil das irgendwie mit Statistiken untermalt werden kann und irgendwie dann wissenschaftlich aussieht. Aber eigentlich ging es nur darum, Folgebereitschaft herzustellen, also Zwang auszuüben. Und dieses, es muss wissenschaftlich aussehen, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Das vergiftet eben alles. Ja, ganz kurz noch dazu. Natürlich gibt es Einzelfälle wie du, wie Jäger, wie viele andere auch, die sagen, ich habe das gemacht, ich mache das. Überhaupt keine Frage. Ich wollte damit nur sagen, die breite Masse würde mit Sicherheit nicht das Messer in die Hand nehmen, um weiterhin Wurst essen zu können. Das war die Aussage, die dahinter steckt, dass das einzelne Personen gemacht haben und auch ausprobieren und dann sagen, okay, für mich ist es in Ordnung. Keine Frage. Aber es ging um das große Ganze. Und da habe ich wirklich meine Bedenken, ob dann dieser Markt noch so existieren würde. Ich kann es nicht beantworten. Nee. Genau. Schwer. Müsste man mal eine Umfrage machen. Uwe, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir wieder an den Horizont geweitet, weil ich sehe, dass die Probleme viel, viel, viel schichtiger sind, als in irgendwelchen Gesundheitsfragen oder wissenschaftlichen Studien behandelt werden können. Danke dir. Sehr gerne. Auch für mich extrem bereichernd in dieser Diskussion, weil es einfach weit über den Tellerrand hinausging, was wir sonst besprechen. Und da gibt es im Prinzip nicht viel zu sagen, außer dass es keine Beweise gibt und die wird es auch niemals geben. Sondern die Entscheidung, die man treffen muss, die ist wirklich immer viel schichtiger. Und gerade in dem Bereich ist es so, meiner Meinung nach, jeder sollte mal wirklich tiefer gehend reflektieren. Was esse ich? Warum? Und welche Industrie will ich unterstützen und welche nicht? Unabhängig vom Fleisch. Das kann man auch alle anderen Bereiche übertragen. Und ich denke, das ist ein guter Weg, einfach mehr darüber nachzudenken, was kaufe ich, warum und wem gebe ich mein Geld. Und dann kann man sich auch mit einer wirklich freieren und besseren und klareren Entscheidung, die jeder braucht, dem widmen, was man wirklich mag und wirklich will. Der moderne Mensch, dessen Leben ist nicht einfach. Uwe, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Alles klar, Markus. Jo, lass dich merken weiter. Ciao, ciao. Heute geht es also um das Weinanbaugebiet Baden im Süden Deutschlands, das von der Ausdehnung her das größte deutsche Anbaugebiet ist. Vom Norden Baden-Württembergs, also Wertheim, über den südlichen Odenwald und Heidelberg, den Kaiserstuhl bis hinunter ans Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz reicht und sogar noch den Weinbau am Bodensee umfasst. Das ist eine enorme Nord-Süd-Ausdehnung, fast 400 Kilometer hat dieses Anbaugebiet, obwohl die Rebfläche mit knapp 16.000 Hektar gar nicht die größte in Deutschland ist, sondern an Platz 3 steht nach Rheinhessen und der Pfalz. Machen wir es also heute zum größten Weinanbaugebiet Deutschlands, indem wir das Weinanbaugebiet Württemberg, das von Baden sozusagen umzingelt ist, mit dazunehmen. Mit den 11.000 Hektar in Württemberg erreichen beide Anbaugebiete zusammen ungefähr die Größe von Rheinhessen, das das größte deutscher Weinanbaugebiet ist. Es gibt noch einen weiteren guten Grund, beide Anbaugebiete gemeinsam zu behandeln. Ein Vergleich zwischen Baden und Württemberg lässt deren Eigenarten deutlicher hervortreten. Denn um es mal ganz vereinfacht auszudrücken, der schwäbische, also württembergische Wein ist protestantisch geprägt, während der badische Weinbau eher katholisch geprägt ist. Wie sich das in den Weinen, aber auch in der gesamten Genusskultur beider Regionen ausdrückt, das werden wir am Ende des Beitrags hoffentlich geklärt haben. Also behandeln wir Baden und Württemberg zusammen. Dass sich die Badener und Württemberger nicht grün sind, ist nicht nur Folklore. Denn als diese 1952 als Bundesland zusammengelegt wurden, gab es großen Ärger zwischen den Badenern, ich weiß gar nicht, ob man heute noch Badenser sagen darf und sollte, und den Württembergern, also im weitesten Sinne den Schwaben. Sie wollten nicht zusammen ein Bundesland bilden und deswegen hatte man bei der Gründung verfügt, dass es eine Volksabstimmung darüber geben solle, ob Baden und Württemberg wirklich zusammengehen und ein gemeinsames Bundesland bilden sollen. Dieser Kompromiss führte dazu, dass sich die ganze Sache etwas beruhigte, aber wie in der Politik nicht unüblich. Es war keine Frist für diese Volksabstimmung gesetzt worden, sodass Jahr für Jahr ins Land ging, ohne dass je abgestimmt wurde. Die Befürworter des Zusammenschlusses spielten also auf Zeit. Und als sie schließlich wegen eines Verfassungsurteils diese Volksabstimmung doch durchführen mussten, schreiben sie bereits das Jahr 1970. Da hatten sich die Württemberger und die Badener schon so aneinander gewöhnt, dass dann mit großer Mehrheit für den Verbleib des bestehenden Bundeslandes Baden-Württemberg gestimmt wurde. So funktioniert eben Politik. Man macht so lange weiter, bis sich die Menschen an alles gewöhnt haben. Der schwäbische Pietismus ist so berühmt wie die Kehrwoche. Damit haben wiederum die Badener nichts zu tun, die eher entspannter, von der Sonne verwöhnt leben und, weil sie tendenziell katholisch sind, eben auch etwas genussfreudiger sind. Und das sieht man auch daran, dass es ein Ort in Baden sein muss mit der höchsten Sternerestaurant-Dichte Deutschlands. Bayersbronn ist mit der Traube Tonbach drei Sterne im Giet-Michelin und dem Barreis ebenfalls drei Sterne, sowie dem Schlossberg und der Köhlerstube, die je einen Stern haben, die Gemeinde mit der höchsten Sterne-Dichte pro Einwohner. Auf keine 15.000 Menschen kommen acht Michelin-Sterne. Das ist Weltrekord. Also, man sieht, Bayersbronn ist ein Mecker für Genussfreunde und entscheidend ist, dass Bayersbronn eben nicht in Schwaben liegt, sondern in Baden. Zwar an der Grenze, aber ein Schwabe würde sich nie in Schwaben beim Schlemmen in einem Drei-Sterne-Lokal erwischen lassen dürfen. Liegt die Lokalität jedoch in Baden, also fast im Ausland, sieht ihn ja keiner und er kann freier aufspielen, der Schwabe. Er zeigt lieber Geiz und Sparsamkeit. Nicht geschimpft ist genug gelobt, ist die Devise, während die Badener, wie gesagt, etwas offenherziger und genussfreudiger sind. Woher ich diese Volksseelencharakteristik habe? Nun, ich hatte das Glück, mit Ulrich Kienzle, dem alten ZDF-Urgestein, eine Weinserie fürs deutsche Fernsehen zu produzieren. Er war mein Moderator und wir sprachen natürlich auch viel über die Volksseele der Schwaben, denn Ulrich Kienzle war Schwabe. Gott, hab ihn selig. Und genau dieser Unterschied zwischen Baden und Württemberg spiegelt sich auch etwas in den Weinen wider. Worauf ist der Württemberger stolz? Auf den Trollinger und seine Kultur des Viertel. Der Trollinger ist ein einfacher Wein. In Südtirol heißt er Vernatsch. Ist er also eine Traube, die durchaus ordentliche Weine zu keltern in der Lage ist. Aber in Württemberg wird er eher als heller Wein, der so zum Mittag oder von mir aus auch zum Frühstück getrunken werden soll, ausgebaut und eben auch konsumiert. Die Weine sind nicht wirklich ernst zu nehmen. Der Trollinger ist günstig, man kann viel von ihm trinken und man rühmt sich seiner Geselligkeit, wenn man ihn trinkt, weil der Alkohol langsam zwabert und auch stetig zu Kopfe steigt. Das ist also der Trollinger, der aus den Viertelbechern getrunken wird und daran sieht man schon, dass die Württemberger durchaus bereit sind, ein etwas grobes und einfaches Genussmittel zu kultivieren und auf es stolz zu sein, während das den Badenern nicht einfallen würde. Da ist man auf Hochkultur stolz. Es waren vor allen Dingen die Mönche aus dem Burgund, die den Weinbau nach Baden gebracht haben, was natürlich sehr viel mit dem Klima und den Böden in Baden zu tun hat. Es ist wärmer als in den nördlichen Gebieten Deutschlands und dadurch war Weinbau in Baden durchgängig seit dem Mittelalter möglich und immer auch in ordentlicher Qualität. Das sieht man allein schon daran, dass Baden als einziges Weinanbaugebiet Deutschlands der Klimazone B zugerechnet wird, während alle anderen Weinanbaugebiete der Zone A angehören. Auch Württemberg übrigens. Die Zonen unterscheiden sich nach den klimatischen Verhältnissen und leiten daraus die Mindestmostgewichte, also den Zuckeranteil in den Trauben und die Möglichkeiten von Anreicherung und Säuerung ab. Es sind vornehmlich die französischen Anbaugebiete, die in der Zone B liegen. Und eben Baden. Kurzum, Baden ist eher französisch geprägt, was den Weinanbau, die Genusskultur, aber eben auch die Rebsorten angeht. Der Pinot Noir, also die rote Rebsorte Spätburgunder, ist die mit Abstand am meisten angebaute Traube in Baden. Es folgen dann die weißen Rebsorten Müller-Turger und vor allem die weißen Burgundersorten, also der Weißburgunder und der Grauburgunder, in Deutschland auch als Pinot Grigio bekannt, und natürlich der Chardonnay. Übrigens als lustige, aber auch vielsagende kleine Geschichte zum badischen Wein, aber auch zur Weinkultur Deutschlands ganz allgemein, gilt der Ruhländer. Das ist der alte badische Name für Grauburgunder. Und irgendwann, als die Toskana-Fraktion in Deutschland die Oberhoheit über die Stammtische gewann, kam der Ruhländer schrecklich aus der Mode. Er blieb in den Supermärkten und Weinhandlungen wie Blei liegen. Da damals noch Namensgesetze galten, die sehr regional waren und nicht wie heute EU-weit, wo Winzer ihrer Traubensorte auch den französischen oder italienischen Namen geben dürfen, blieben also die badischen Winzer auf ihrem Ruhländer, den sie nur so nennen durften, sitzen. Was tun? Es fuhren die Tanklaster vor den Weingütern und Genossenschaften vor, verbrachten den Ruhländer zu zehntausenden Litern nach Italien, füllten ihn dort als Pinot Grigio ab und exportierten ihn nach Deutschland zurück. Pinot Grigio verkaufte sich in Deutschland damals ganz ausgezeichnet, weil es doch so nach italienischer Lebensart und Dolce Far Miente klingt. So merkwürdig ist der Konsument im Allgemeinen und der Deutsche im Besonderen. An den inzwischen europaweit angepassten Traubennamen, der Ruhländer heißt inzwischen fast nur noch Grauburgunder, kann man eine weitere Entwicklung der Moderne gut ablesen. Die regionalen Unterschiede werden mit der Zeit eingeebnet. So ist es natürlich genauso auch in Baden und Württemberg gekommen. Während Baden vielleicht von der alten Größe gezehrt hat, haben sie natürlich in Württemberg nicht geschlafen und haben nachgezogen. Inzwischen werden in Württemberg auch sehr viele Burgundersorten angebaut, also Weißburgunder, Spätburgunder, Chardonnay. Und vor 20 Jahren, als das deutsche Weinwunder begann, machten vor allen Dingen die Württemberger Winzer mit großartigen Qualitäten auf sich aufmerksam. Heute kann man also getrost sagen, dass die Spitzenweine aus Baden und aus Württemberg vornehmlich aus internationalen Traubensorten gekeltert werden und sich dadurch natürlich die Unterschiede beider Regionen etwas eingeebnet haben. In Württemberg ganz vorneweg war es ein junger Mann, Rainer Schneidmann, der seinen kleinen elterlichen Betrieb, inzwischen ist er natürlich gewachsen und größer geworden, mit einer ungeheuren Akribie in die höchsten Höhen der internationalen Weinkritik geführt hat. Natürlich nicht mit Trollinger, sondern vor allen Dingen mit Rotwein aus der Spätburgundertraube, aber auch mit Lemberger, wie der österreichische Blau-Fränkisch in Württemberg genannt wird. Und genau dieser Lemberger ist wirklich eine Spezialität Württembergs, noch immer, der kein Rotwein aus Baden das Wasser reichen kann. Lemberger ist dunkler, würziger, erdiger als der geschliffene und ätherische Spätburgunder, wie er aus Baden kommt. Die bekanntesten und besten Württemberger Betriebe, Aldinger, Schneidmann, Heidle, sie alle haben ihre Lemberger im Programm und schenken ihnen sehr viel Aufmerksamkeit. Es sind die besten, zumindest von ihnen, großartige Rotweine. Die besten Württemberger Betriebe machen inzwischen großartige Qualitäten und während sie eher auf elegante Weine setzen, sind aber auch in Württemberg die jungen Wilden nachgewachsen, wie zum Beispiel aus Städten das Weingut Beura, das selbst in Württemberg mit erstklassigen Rieslingen aufwartet. Bio-Betriebe sind sie alle und das ist dann wieder das Schwäbische an den Württemberger Weinen, ist doch die Keimzelle der grünen Weltsicht, der schwäbische Pietismus, der hier in Württemberg seinen Ausgang genommen hat. Was für den Württemberger Weinbau vielleicht noch entscheidend ist, ist sein Ehrgeiz. Ich habe oft schon erwähnt, dass Weinregionen, die entweder touristisch interessant sind oder eine Großstadt in der Nähe haben, die deren Weine aufsaugen und höhere Preise zu zahlen bereit sind, oftmals stagnieren, da die Winzer sich weniger anstrengen müssen, um ihren Wein auch verkaufen zu bekommen. Das könnte man meinen, ist in Württemberg ähnlich, weil in Württemberg haben sie es gar nicht nötig, ihren Wein in andere Landesteile und Bundesländer zu exportieren, weil das meiste der Württemberger Weine wird in Württemberg selbst konsumiert und da ist natürlich Stuttgart, die Stadt der Stunde für Württemberger Wein. Und eine große, reiche Stadt, die alles Regionale aufsaugt, ist dem Ehrgeiz der Winzer nicht gerade förderlich. Aber genau das ist in Württemberg nicht der Fall. Das ist vielleicht auch wiederum Ausdruck des schwäbischen Protestantismus, der zwar gottesfürchtig tut, aber dann doch sehr weltlich ist und weniger an den Himmel glaubt als an die Welt, um uns herum, die er gerne ins Paradies verwandeln würde. Das ewig Zerknitterte des Protestantismus, das sich nie zufrieden geben kann, hat wiederum bei den Weinen dazu geführt, dass in Württemberg eine atemberaubende Dynamik an Qualitätszuwachs eingesetzt hat. Und wenn ich jetzt mit den Württemberger Weinen abschließe, dann will ich noch eine letzte Eigenart beschreiben, die mit eben dieser Stadt Stuttgart zu tun hat, die bekanntlich zu den reichsten und wirtschaftsstärksten Städten der Welt gehört. Auch wenn Württemberg sich natürlich nicht auf Stuttgart beschränken lässt, so sind die besten Winzerbetriebe doch in der Region um Stuttgart herumzufinden. Und steht man in den Weinbergen der Weingüter Aldinger, Wörwack oder Schneidmann, so blickt man oftmals hinunter auf Stuttgart, das sich, weil es in einem Talkessel liegt, nicht ausdehnen kann. Und würde man diese Weinlagen zu Bauland umwandeln dürfen, wären alle diese Winzer Multi-Multi-Multimillionäre. Das ist in Baden natürlich anders. Baden ist mehr ein Flächenland, wunderschön, viele Burgen, viele Schlösser. Aber eben, weil Baden sich so weit ausdehnen, kann man die vielen Winzerbetriebe nicht über einen Kamm scheren. Beispielsweise gibt es das Weingut Ziereisen, das an der Schweizer Grenze liegt. Und die Weine von Hans-Peter Ziereisen sind ihrer Qualität wegen auch in Deutschland gesucht. Aber dem starken Franken sei Dank ist natürlich der Schweizer Markt für Ziereisen viel interessanter. Ziereisen exportiert also fast nur noch in die Schweiz, obwohl seine Weine badische Weine sind. Baden hat also eine alte Hochkultur mit Wein, ist aber mit diesen hoch ehrgeizigen jungen Winzern weniger reich gesegnet als das kleinere Württemberg. Zwei Ausnahmebetriebe gibt es natürlich. Und da ist zuallererst das Weingut Bernhard Huber zu nennen, das inzwischen vom jungen Julian Huber geleitet wird. Die Weine sind sicher das Beste, was es in Deutschland an Pinot Noir, also Spätburgunder, und auch an Chardonnay gibt. Ungeheuer, spannungsgeladen, elegant, fein zisilliert. In Malderdingen am Kaiserstuhl hat der badische Hochqualitätsweinbau mit den Mönchen aus dem Burgund im 12. Jahrhundert seinen Anfang genommen. Und das Weingut Huber schließt definitiv daran an. Ein paar Kilometer weiter, ebenfalls in unmittelbarer Kaiserstuhlnäher, befindet sich der nächste badische Paradebetrieb, das Weingut Franz Keller. Mit dem Restaurant Schwarzer Adler, das seit 1969 durchgehend einen Michelin-Stern trägt, hat das Weingut neben den Weinen auch gastronomische Geschichte geschrieben. Wie wichtig das Weingut Keller für Baden ist und eigentlich für ganz Deutschland, wird auch daran deutlich, dass der Eigentümer sowohl des Weinguts wie auch des Restaurants, Fritz Keller, für zwei Jahre zwischen 2019 und 2021 DFB-Präsident war. Fritz Keller ist erfolgreicher Gastronom, Weinhändler, Winzer und damit eben auch Bauer. Und sein Glück als DFB-Präsident war ja nicht von langer Dauer. Bauern, egal wie kultiviert sie sind, arbeiten ständig gegen die irdischen Widerstände der Natur an. Aber das sind andere Widerstände als solche, die man in diesen verkrusteten Strukturen von Verbänden wie dem DFB vorfindet, der ja vor Reichtum und Dünkel kaum laufen kann. Dort, wo Funktionäre, die selten an die frische Luft kommen, das Sagen haben, sind diese eher handfesten Typen wie Fritz Keller zum Scheitern verurteilt. Und so kam es auch und das mit Riesen. Eh klar, hat das viel mit Wein und Baden zu tun? Oh ja, denn dieser Fritz Keller begann 2008, also lange vor seiner DFB-Zeit, mit Aldi zusammenzuarbeiten. Aber anders als man denkt. Bevor ich auf den Aldi-Wein von Fritz Keller komme, möchte ich zum Verständnis des badischen Weins noch Folgendes ausführen. Baden ist das Hauptland der Winzergenossenschaften. Weil es eben ein so großes und weit aufgefächertes Gebiet ist, in dem es tausende kleiner Mikrobetriebe, meist Feierabendwinzer mit kleinstem Rebbesitz gibt, haben sich die Genossenschaften etablieren können, an die diese Kleinstwinzer ihre Trauben liefern können, und das zu einem fairen Festpreis. Und genau dieser Preis ist das Problem der Genossenschaften, denn in Zeiten der technischen Allmachbarkeit ist ein Festpreis eine Idee, die Bauern zum Schindluder verleitet. Es war lange Zeit üblich, dass die Genossenschaften an ihre Winzer einen Kilopreis zahlten, egal wie hoch die Qualität der Trauben war und viel wichtiger, wie hoch der Hektarertrag im Weinberg war. Ein Kilopreis verleitet dazu, so viele Kilo wie möglich im Weinberg ernten zu wollen. Das ist jedoch das Gegenteil von Qualität, die immer davon lebt, dass die Rebe in ihrem Wuchs eingeschränkt werden muss. Die badischen Winzergenossenschaften sind also weder für ausgezeichnete Weine bekannt, noch geht es ihnen wirtschaftlich wirklich gut. Was das mit dem Aldi-Wein zu tun hat? Fritz Keller hat im Jahr 2008 diesen Genossenschaftsgedanken neu aufgelegt, indem er mit hunderten kleinen Betrieben zwischen Heidelberg und Basel zusammengearbeitet hat, ihnen Hilfestellung beim hochqualitativen Weinbau hat angedeihen lassen, sie immer wieder beraten und gecoacht hat und vor allem Ertragsobergrenzen eingeführt hat. Es war also ein Mittelding zwischen Lernprojekt für die Winzer und Großabfüllung für Aldi. Und der Aldi-Wein von Keller dürfte pro Jahr in Millionenauflage bei Aldi gekauft werden. Ich habe dieses Projekt von Keller immer bewundert, weil es ganzheitlich gedacht war. Für den Konsumenten ein durchaus ordentlicher Wein zu einem fairen Flaschenpreis von ungefähr sieben Euro, für die Winzer ein verlässlicher Abnahmepreis inklusive Fortbildung im Qualitätsweinbau durch einen echten Profi. Und für Keller war es ein enormes Risiko, denn die Weinwelt sieht derartige Aldi-Projekte mit allergrößter Skepsis. Aber Fritz Keller ist eben eine Ausnahmeerscheinung. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo denn die Rieslinge geblieben sind, wo doch Deutschland das Land des Rieslings ist, ja, dann kommen wir nach Baden und seiner Eigenart zurück. Für große Rieslinge ist es in Baden schlicht zu wagen. Rieslinge brauchen kühles Klima, sodass Baden nicht gerade berühmt für seine Rieslinge ist. Was Baden jedoch aus Chardonnay und Pinot Noir zu Keltern imstande ist, dürfte das Beste sein, was man in Deutschland bekommen kann. Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche. Aber keine Sorge, nächste Woche geht es schon weiter. Und da schildere ich Ihnen die Qualen eines Hobbykochs mit dem neuesten Schrei in der Hausküche, nämlich dem Sahnespender, der auch dazu geeignet ist, Schäume, Suppen und Cremes herzustellen. Das ist so der neueste Schrei und dass es gar nicht so einfach ist, das schildere ich Ihnen nächste Woche. Trotzdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, am 29. Juni unter dem Motto Kontrafunk bringt Menschen zusammen, findet ein Treffen in der Nähe von Schwäbisch Münch statt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Interesse haben und mir eine E-Mail schreiben an info.kontrafunk.radio für den 29. Juni in der Nähe von Schwäbisch Münch. Ich freue mich. Tschüss, Ihr Markus Fahlefeld. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.radio